Los geht die Scheiße! Was? Hä? Okay, ich hab dein Auge getroffen. Du dreckiger Hund. Hostage. Habe ich das geschafft? Ah, endlich. Oh, da sind meine kleinen Freunde wieder. Äh, bin ich pimpelig? Aber richtig. Ach ja, Leute, ich hab' ne neue Kamera gekauft, als wenn bald Vlogs kommen von mir. Vielleicht. Warte mal, die war in Frankreich und ist halt so... Ich muss es nicht verstehen. Hehe. Ja, ja, klar. Wieso kommen die jetzt? Diese Pandas, die Schweine, die kleinen Zwerge... Hey, komm mal! Oh! Ja, ja! Seid mal! Oh, hallo! Oh! Jimmy nochmal! Ist er Zwilling, oder was? Oh, hallo! Nicht frei! Oh, du, baby! Oh, hallo? Das war wieder ein Frauenstürnen. Oh, hallo, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Hey! Oh, hallo! in diesem Part noch den Boss. Wie soll ich das lenken? DJ, was? Das ist wieder... Ey, das ist... Montieren. Ey, ich hatte das... Nicht so viel schnoddern, wie schon gesagt. Speed up. Was zum Geier soll ich da machen? Auslösen. Erneut, ja. Okay, ausweichen. Ist das klar. Hey, DJ, komm. Landen. Oh, ja. Oh, ja. Was ist los heute mit mir? Das war knapp. Ja komm! Hä? Ficken! Ich verstehe nicht, ich habe es nicht verstanden. Erneut machen wir das mal. Okay, bin mir ruhig und konzentriere mich mal. Hey, come on! Oh Gott! Hey, T.J., come on! Come on, come on! Huh? Hey! Oh Gott! Oh, yeah. Oh, yeah. Das dreht mich gerade auf. Ey, das ist doch nicht so schwer. Hallo? Ganz ehrlich. Okay, jetzt verstehe ich, was ich machen muss. Ich habe kein Wort dazu. Ich kann... Willst du mich gerade verarschen? Ich bin immer bezüglich... Nochmal, nochmal. Ich gebe nicht auf. Das ist nicht wie bei... Das ist nicht wie bei Elite Beats. Das schaffe ich hier. Das schaffe ich. Rein damit. Wieso habe ich das jetzt nicht getroffen? Warte, da heißt es, dass es die anderen auch später wieder auftauchen, oder was? Wieso sind das auch immer neue Spiele? Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe gelernt. Ach so. Ach so. Entschuldigung. Die Mikro geschlagen. Komm, jetzt Boss-Stage. Ey, ganz ehrlich. Wie soll ich das noch überleben? Boss-Stage, endlich. Jetzt soll ich schlagen? Oh nein. Was? Fick nicht... Okay. Wir sehen uns gleich wieder beim Boss. Also, bis gleich. In your face. So muss man das machen. Wenn er genau das macht, dann muss man in diesem Moment nach rechts und danach ballern in die Fresse. So, haben wir Jimmy gerettet. Geholfen. Oh, Schäfchen, oh. Oh, yeah. Toller Beat. Der hat echt auch bei Elite-Beats... Hey, gut gemacht. Triff nun auf die nächsten drei, Kumpel. Welche nächsten drei? Ja, komm. Äh... Äh... IQ... Da ist ich. Prinz C... Gary im Zimmer. 25 Rette. In unseren Spielen. Findest du. Achso, die sagen mir immer, wie viel ich brauche, oder was? Heiz Maul. Bin der Dr. Gregor. Das Ergebnis ist... Falsch. Notfall. 15 Mal. 15 Mal, okay. schon wieder mache ich gleich mit natur wenn das auch wenn das so ist ich bin obolone raumschiff defekt muss 15 meter höhe ok dann erst sie erst mal sie schloss gary danke nobunaga nachdem ich dieses spiel gespielt habe wird ein geiles projekt auftauchen nobunaga ideoschi der prinz kann ich muss befreit werden bin ich bin ich der fahrzeug das sind mal schwache ninjas fordere mich aus in your face aber richtig topsy es wird ein neues projekt kommen also ich bin jetzt ein geist und sie meine sex sklaven ernstes gesicht dramatische blick musste ihn hat in linie hilft mir ich kann es nicht erst denn wegen dem hinschern hinter hinter mon fuji wenigstens die musik geil auch hier das neue projekt ist pokémon conquest ihr werdet es schon sehen ich habe den blues komm herr komm herr Was ist das für eine Musik? Ich weiss das für eine Musik. Sieht! 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 Wir sind alle weg! Vielen Dank.